was geht ab leute sehn ist wieder da mit einer neuen folge let's play drawn to death so nachdem wir das letzte mal das tutorial gemacht haben schauen wir mal wie es jetzt langsam mal anfängt der frosch mit sich wieder okay dann mal los das ist die lobby und ein ort an dem ja also ich muss lenken oh scheiße man meinst du etwa mir macht es spaß dir dinge beizubringen während ein beschämend lahmes hirn offensichtlich schon wieder dabei ist alles zu vergessen aber hey weil das mein job ist muss ich weitermachen also halt die luft an und versuche zuzuhören das hier sind all die waffen mit denen du sport immer wenn du zum kämpfen in das notizbuch fällt alles schön ordentlich eine schöne kleine spalte damit ein simples gehirn das auch kapiert scheiße wie perfekt für dich also die waffen in diesen plätzen egal welche sie werden jedes mal ausgerüstet und einsatzbereit sein wenn du auf das schlachtfeld fällst du möchtest den inhalt dieser plätze ändern markiere mit dem linken stick den platz den du zu ändern möchtest halte x gedrückt um dir verfügbare waffen für diesen platz anzusehen und wie du siehst kannst du jetzt eine neue waffe in den platz legen vorausgesetzt natürlich dass du weitere waffen hast benutze den linken stick um eine waffe aus deinem arsenal auszuwählen halte x gedrückt um diese waffe automatisch in den gewählten platz zu bewegen wunderbar du hast es geschafft du erhältst einen goldenen stern wie alle anderen auch siehst du alle waffen auf der rechten seite mit denen wirst du nicht spawnen aber du wirst sie auf dem schlachtfeld finden und aufheben können wie deinen ausgerüsteten waffen kannst du auch diese schlachtfeld pickups auswählen und wechseln macht das vor allem match oder zwischen den respawns während des matches wo du willst mehr meine güte du willst aber verwöhnt werden genau wie deine mutter an den kalten abenden wenn sie eine kiste billigen rot eingesoffen und eine handvoll gleitcreme mit geschmack eingeworfen hat habe ich recht du weißt dass ich recht habe du dreckiger schuft aber da ich immer alle zufrieden stellen will lass uns fortfahren mit dieser taste kannst du charaktere und designs wechseln hier kannst du auch mehr über die spezialfähigkeiten deines charakters erfahren und diese taste naja mit dieser taste startest du die spielersuche damit du andere spieler finden kannst wenn du kampfbereit bist und jetzt schon nicht selbst haben wir gott sei dank das ende unsere gemeinsamen zeit erreicht aber hör gut zu wenn du auf dem schlachtfeld bist und zu ehren der großen hand alles gibt werde ich hier sein und hemmungslos masturbieren masturbieren während ich dir dabei zu sehen wie du wieder und wieder drauf gehst lang lebe die hand ok cool ja kann ich die jetzt kaufen oder auch ein paar Sekunden so so ja Ihr Wormfood, ihr Poxy-Wanker. Take the rip, you bloody Cockwambo. Someone had to die. I'm glad it was you. Who wants to hear my latest tune? I'm weak, so fuck off. Na dann, machen wir erstmal Johnny Savage hier. So, Waffen, was haben wir denn? Ui, also fangen wir diesmal erstmal an mit der Fuck You 47. Und mit dem Vulkanteufel. Standardgranate. Ja. Regeln ändern. Geschätzte wartet seit 9 Minuten. What the fuck? Na gut, dann machen wir nur ein Freundschaftsspiel. Oha, was gibt's denn da alles? Einfach für das Töten eines Gegens, da hältst du einen Punkt. Wer zuerst 10 Punkte hat, gewinnt. Wir haben erstmal das. So, und zuerst einmal Alien statt. Die Aliens sind eingedrungen und können dir helfen oder schaden. Wenn du überleben möchtest, erkundet den Schacht. Schieß auf den Tentakel und erkenne, dass ein toter Alien bisweilen ein fantastisches Schafschützentum sein kann. Na dann, leg mal los. Ich muss erstmal nochmal die Steuern gucken. Das ist jetzt leider eine Woche her, seitdem ich das letzte Mal gespielt hab. Schau mir mal. Schau mir mal. Na komm schon, die Ladezeiten ey! Donate? Ok. Schlag. Sprinten. Nachladen. Zipfen. Waffe wechseln. Ah ok. Speziale Tacke. Nein, 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 nein. Das war jetzt blöd. Ja, was sind denn die Gegner? Ja. Hallöchen Population. Ähm. Hallo? Hallo? Ich habe irgendein... Hä? Ein bisschen das böle Gefühl. Ich bin hier verdammt aber noch mal alleine auf der Map. Ja gut, ich bin hier ernsthaft alleine auf der Map. Ja gut, das ist natürlich ein bisschen blöd. Du bist der Winner. Yeah, ich habe gewonnen. Ja. 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 ich habe das gefühl das ist ein spiel das spielt niemand außer mir momentan also wenn dem wirklich so ist und wir zum ende der folge immer noch kein wirkliches match richtig hinkriegen wird dieses let's play wohl nicht länger als zwei folgen weil jetzt da alleine durch die maps rennen ist halt jetzt auch nicht so das geile und gehen wir dran klappt es wohl ein bisschen besser na ja gut dann schauen wir doch mal dann erzähl ich mal ein bisschen was aus meinem leben wir haben seit heute etwas besucht hier bei uns in der neuen wohnung und zwar peter eine kleine katze eigentlich eine ausgewachsene katze aber ist von einer freundin von meiner freundin die ist jetzt ungefähr ein zwei monate weg und in der zeit ist die katze bei uns heute haben sie abgeholt klar ist halt ziemlich aufregend für so eine katze so eine fahrt eher ein bisschen angst wahrscheinlich haben sie hier freigelassen momentan springt sie noch im ersten stopp da irgendwo durch die gegend um die ganze zeit in der ecke ist halt ungewohnt sie hatte zwar ein bisschen angst muss sich hier erst zurechtfinden gerade war sie hier ein bisschen unterwegs hier bei mir und im wohnzimmer hat alles mal ein bisschen abgeschnüffelt alles mal aber sobald ich mich halt bewegt habe hat es erst einmal zurück gestreckt ja jetzt geben wir immer ein paar tage zeit hoffentlich wird es dann ein bisschen entspannter alles und ich bin auch mal gespannt wie sie mit unserer nachbars katze klarkommen im dickerchen ja das lustige an der katze ist oder komische an der katze ist wie auch immer wie die sky also es ist einfach eine hauskatze und wenn wir mal mit ihr rausgehen oder so nur an der alleine nur nicht sind mit Katze an der Leine um hey wir haben spiel nur gut 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 bereit machen fortkorten dürfen also ein stunden wird wird dauert ja jedes mal ja 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 gut. Du bist gut, aber du bist noch nicht zufrieden. Ja, ich würde sagen, das war's mal mit dieser Folge und ich würde auch mal sagen, das war's mit diesem Let's Play, weil die Ladezeiten sind halt doch ein bisschen aus der Hölle. Das ganze Zeit Spawn, das nervt ein wenig und es sind einfach sehr, sehr wenige Spiele da. Keine Ahnung, also ich habe ja schon gelesen, das Spiel soll wohl nicht so gut angekommen sein. In sich finde ich ihren Stil und so ganz cool und auch die Idee, aber ja gut. So ist es halt ein bisschen blöd zu spielen. Ist ja jetzt gut. Ja, 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 ja. Ja gut. Auf jeden Fall hoffe ich, diese Folge hat euch gefallen und auch dieses Let's Play hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Let's Play wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.